Rechts, guck ja, da kommt der Falser mit der Linke. Runter, links schlagen, rechter Doki. Bumm, Bumm, Beckling, herrlich schlagen, guck runter, jetzt, rechter Doki. Also, ganz locker, jetzt rechts, dann schlagen, rechts, rum, geht. Okay, ganz wichtig ist, dass wir, dass die Mühe kriegen, wann wir, nach dem Schaden treten. Das heißt, die Schlagen, du bekommst, okay, macht man sofort, der Doki geht nachher, okay. Das bleibt erst mal. Ich wollte, ab und zu und auf und dritter zu. Rechter Doki. Oder rechter Doki. Versuch, kurz, ganz kurz, ganz kurz, kurz zuhören. Wenn nicht stark, okay, versuch bitte auf euren Ball zu sein, nicht der ganzen Klasse zu zocken. Bumm, 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 gehen zurück, okay, kurz zurück, Bumm, 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 zurück. Also, Bumm, 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 okay. Okay, die Rechter, die Linker schaucht, die mir am besten klar kommen, wenn du zurück gehst. Und er kommt mit einer anderen mitrin der Hand. Halt, du nur runteridezder, Bumm, Bumm, Bumm. Okay, jetzt nach vorne nach vorne und zurück gehen, nach vorne und zurück gehen. Denk? Ein, zwei, drei, und Zeit. 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 Ein, zwei, drei, und Zeit.